Der Eggers und der Lenny, oder sagen wir diese Rollmobsmöbel sollen das ja sein, mit Schwan und Wolfsbarsch und so weiter und so fort da auf dem Schiff, so eine Rundfahrtnummer nenne ich das ja mal. Das war auf jeden Fall bis zu dem Punkt die beste Nummer, es war wirklich am lustigsten und auch wirklich, man merkt sozusagen, dass das schon länger gemacht wurde, also da spielt die Erfahrung eine große Rolle, würde ich mal sagen. Aber die inkompetente Jury meint doch tatsächlich, man solle an der Nummer arbeiten, damit die nachvollziehbar ist. Also was sind das bitte für Rentner, sind die da 80 oder was? Und dann kriegen die bloß zwei Sterne, also lächerlich hoch 10. Also Nummern, die mit Puppen rein gar nichts zu tun haben, werden da top bewertet und hier was wirklich lustig ist, wirklich sehr gutes Puppenspiel, wirklich und auch lustig. Das wird schlecht bewertet, also diese Jury, das sind Pappnasen hoch 10.